Erfolgreich sind wir alle gegangen, aber wir wollen gerne, dass er noch lange der Zucht erhalten bleibt. Und deshalb ist es so, dass wir ihn heute Abend verabschieden. Und zur Verabschiedung bin ich einmal an die Bahn, den Züchter Heiko Bündner, den Aufzüchter Fiete Behrens. Einmal bitte zu mir an die Bahn. Wir fangen mal mit dem Züchter an. Das ist Heiko Bündner. Er ist derjenige gewesen, der die Klarung gemacht hat. Lieber Heiko, auch deiner ganzen Familie, im Namen von vor allem nochmal recht herzlichen Dank für dieses wunderbare Zuchtprodukt. Herzlichen Glückwunsch und eine schöne Bildkulade von Bordanos für dich. Ich stelle noch mal ein bisschen daneben. So, und das ist der Aufzüchter Fiete Behrens, hier zur Linken, der mit Reimer Hennings. Sie haben ja eine Partnerschaft, die uns um sehr viele wunderbare Henste besorgt haben. Und vielen Dank auch euch, vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Schöne Grüße an Reimer, vielen Dank für euren wunderbaren Hennings. Und ich glaube, du freust dich immer mit den Leuten haben wir es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.